Unser Mörder hat in Makao zugeschlagen. Das ist eine Kriegserklärung an die Polizei. Womöglich will der Mörder uns bewusst provozieren. Noch eine Kollegin. Dieser Polizistin-Mörder muss einfach dingfest gemacht werden. Sie haben zwei Wochen. Zwei Wochen? Ich erwarte eine gute Show. Komm, bringen Sie mich los. Wir jagen ihn, klar? Du musst sterben, und zwar jetzt. So einen Fall wie sie hatte ich noch nie. Sie verknüpfen ihre Fantasie mit dem wahren Leben. Es ist fast so eine Art Warenvorstellung. Wärst du nicht drauf? Hör auf, Gott zu spielen. Halt die Schnauze und kämpfe! Halt die Schnauze und kämpfe! Halt die Schnauze und kämpfe! Halt die Schnauze und kämpfe!